Bei C-Motion gibt es noch die Option, einen Report zu erstellen, wodurch zum Beispiel in kurzer Zeit und ohne viel Aufwand aus den ELN-Einträgen eine Supporting Information für ein Paper oder der experimentelle Teil einer Arbeit, zum Beispiel in einer Masterarbeit oder Dissertation, erstellt werden kann. Um dies zu tun, werden zunächst die Elemente wie Reaktion oder Chemikalien, die in den Report sollen, markiert. Danach wird das grüne Report-Symbol im obersten Reiter gewählt und in der Auswahl auf Report geklickt. Es öffnet sich ein neues Fenster mit den entsprechenden Optionen. Dort werden unter Configuration zuerst die generellen Einstellungen wie Dateiname und Beschreibung, Bildformate oder das Format bzw. die Darstellungsweise der Templates eingestellt. Die Auswahl des Templates beeinflusst dann auch die Einstellungsoptionen bei der Report-Erstellung. Im Reiter unter Setting werden für Chemikalien und Reaktionen einzelne Elemente ausgewählt oder abgewählt, die später im Report einsehbar sein sollen. Unter ORDER wird die Reihenfolge der Chemikalien und Reaktionen eingestellt, durch Verschieben über die Pfeilsymbole auf der rechten Seite. Außerdem können hier gezielt bestimmte Inhalte gelöscht werden, die nicht im Report enthalten sein sollen. Der Reiter Label bietet die Möglichkeit, einzelne Moleküle mit einer spezifischen Bezeichnung zu benennen. Diese wird dann durchgehend in dem Report verwendet und kann somit zum Beispiel für eine Supporting Information auf das Paper selbst abgestimmt werden. Unter Preview wird eine Vorschau des Reports mit den vorgenommenen Einstellungen angezeigt und unter Archive werden alle erstellten Reports aufgelistet. Diese können dann bearbeitet oder gelöscht werden. Reports sind so lange im Archive einsehbar, bis sie gelöscht werden. Unter dem grünen Report-Symbol können zusätzlich die Optionen Format Analysis und Literature ausgewählt werden. Unter dem ersteren können die Analysedaten formatiert werden und unter dem zweiteren die Literaturdaten verwaltet werden. Abschließend soll das Vorgehen für die Erstellung eines Reports noch einmal zusammengefasst werden. Sobald alle relevanten Inhalte markiert wurden, kann auf Report geklickt werden. Dann stehen die eben erklärten Einstellungen zur Verfügung, um den Report anzupassen, wie zum Beispiel die Reihenfolge der Reaktion zu ändern und so weiter. Die ausgewählten Einstellungen können dann mit Hilfe der Option Preview überprüft werden. Wenn keine weiteren Anpassungen mehr notwendig sind, wird auf den dunkelblauen Button Generate geklickt. Nun dauert es ein paar Momente, bis der Report vollständig generiert wurde. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, erscheint eine Benachrichtigung und der fertiggestellte Report kann eingesehen werden. Nach Downloaden der Datei wird ein Word-Dokument mit dem Report erhalten, der alle zuvor ausgewählten Inhalte enthält. Hier ist beispielhaft die erste Reaktion im Report zu sehen. Sowie die letzte. Inklusive Analytik Kino Obwohl Obw 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 Obw準備